K4 Stowage Weißt du, wie man sehen kann, was in den MK-Stowage jetzt drin ist, einfach? Ich geh einfach nach unten hin, da unten sind nur Alchemie-Sachen drin Ähm, Kyothemus Dust und Pyramidodust Okay Schon heavy, was man auf jeden Fall noch in den Packs bekommt Ja, und jetzt kommen die Legendary Packs noch Nö, ich hab genannt die Epic Packs Fuse Star Steam Drum Oh, 32.000 Sticks Das Erze Fuse Star Das 32.000 Sticks Eximite Rüstung Hm, ja, das ist, ich glaub mit Flimflamme, ne? Ja Ja, das ist die Flimflamme Rüstung, die ich so mag Okay, das, das Block of Diamond Post Block of Diamond Post Das ist mich verarschen, Spacken Ne Flimflamme, activated Hey, ho Not der Na Ich bin da, wenn du gut bezahlte, du hast auf jeden Fall keinen Platz mehr im Moment Ja Ja, die Erscheffs-Braders Irgendwas mit Dias über das aufgepammelt Schuhe 60 Eye of Ender 4 Ender Generator Ja gut, das ist, das kenn ich ja Wieder Ersche Wieder Dias So, aber was du noch alles rausbekommst Okay Von Parcel 31 Unis Helmet Oder, keine Ahnung, wie du weißt Respiration 5 Aqua Infinity 5 Und Last Stand 3 Okay Gleich aufgesetzt Und Beam wieder Ach übrigens Hab ich von jedem Pack Einen mehr gehabt als du Ey, warum das denn? Ich hab die Ich hab's gefunden Ja Nein Hättest du wenigstens sagen können, du kriegst 2 mehr und ich 1 Nein So einer ist er So einer ist er Ich hab über 1 mehr gehabt Ja Sind 3 Packs Komm, hau mich ruhig weiter, hau mich ruhig weiter, komm schon Aua Ha 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 Doch nicht so Das ist mein Schwert zu machen, wenn du hin und her oder mich Ja, hier Wow Was ist? Was hast du? Was hast du? Was hast du für... Was hast du für einen Effekt? Blöse Okay Eye Attack Ah, ich hab wieder Ich hab nur so ein Polytool, was kaum Schaden macht Lass mal Lass mal kurz Nein Du hast mich getötet Ja, was hast du jetzt für einen Effekt? Wizzar Immer noch Ich hau gar nicht mit dem Wizzarteil da drauf, ne? Flimmflammwurstung gegen Flimmflammwurstung Das ist ein Kampf Das ist ein Kampf Ich hab nur so ein Polytool, ich hab nur so ein Polytool Oh nein, bleib... Nein! Nicht überstehen bleiben! Ich hab Turbospeed! Guck mal Hörst du das, gepiepelt? Ne Ich hab so'n scheiß gepiepie eben gehört Entweder ist mein PC warm gelaufen Something Where it happens around you, okay? Oder das war eben so'n komischer Effekt Ja Ich bleib lieber neben schicken Aber das hat eben voll gepiept Weiß ich nicht, bei mir hat's nicht gepiept Vielleicht war das auch mal ein PC der laut Warm geworden ist Ich hab dem mal grad Lüfter angemacht Ja Ich hab glaub ich noch nicht meine... Ich weiß gar nicht, wie ich meinen Helm habe Warte mal Ich hör dir... Ich hör hier was rumfliegen Eine Biene oder so Du hast da komische Effekte und da komische Soundschmacks mit drauf What the fuck? Komm mal, porte dich mal zu mir Geh mal in Game Mode Bist du denn gelandet? Ja Hahaha Warte mal Ich geh auch mal in Game Mode Dann läuft die Kleine runter Guck mal hier wo ich gespawnt bin Okay Komm wir... wir metzeln uns auf dem... Auf dem Bedrock ein bisschen Hier oben Kann man das glaub ich machen Einfach Mobs an Ähm Ähm Ja Warte Hol dir mal ein paar Golden Apple Dann geht das gleich mit Regenerieren bisschen Ich hol mir einfach 64 von den fetten OP Applen Wow Ja Hauptsache wir können doch ein bisschen Spaß machen mit Flimflam Wir machen ein bisschen Flimflam Action Ja warte mal Warte mal Warte mal Ich muss mal kurz... Something wild happens around you Ja das gab's nicht Kann man auch noch einmal essen, ja Jaaa Oh ich hab böse Effekte Deine Rüstung Ich hab deine Rüstung Oh nein ich bin schon wieder oben Ich hab deine Rüstung grad bekommen Joll alle? Wo alle? Ich hab deine Rüstung alle bekommen Meine Gans im Inventar Wo ist meine Rüstung? Ich hab die Rüstung Ich hab die Rüstung Ich hab die Rüstung Ich hab Slow Mo Effect, Mann Das ist total unfair Ah, heftig wurde weggeportet Ich kann springen aber Spaß Boah ich hab nur ein Seher drauf Weißt du wie unfair das ist? Weil sie ungefähr Slow Miss ist? Wir weg Wuii Warte fuck Hat Speed drauf gehabt Äh, weiß wo ich jetzt bin? Ja Oh ja Ich bin hier Im Im Ich hab das nicht jetzt auf einer Spider Ahahahahahahahahahahaha Hell Spider Tschüss Oh nein Okay wir gehen uns kommen Lass uns wieder oben prügeln Hä? Da ist der Ausgang Warte mal Nimm den Ruppen Wir graben da mal raus Geh nicht in Geh nicht in Im Normalen Modus Ich hab schon gemerkt Komm wir gehen nach ganz unten Ganz unten haben wir Platz Limpflam ist so gemein ne? Limpflam ist total OP Wow what the fuck Wow Ach du warst doch im Survival Modus Die haben mir keinen Schaden gemacht Ne ich glaub die sind nur zu Spaß Fing da Warte mal Und ich hab nur ein Seher drauf Komm Kann man Hilf du nur P-Appel? Ne Oh nein nur Seher Oh 23 Sekunden noch Egal ich bleib mal kurz Ey 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 Ja genau ich hab noch den Weasereffekt Was ist mit Ende falsch Ey ich war weggeportelt Wow ich bin vor hoch gesprungen grad Huiii guck mal ich kann springen Huiii Oh eben konnte ich vor hoch springen Ich hab ne Ahnung Hallo Ich seh nix Ich seh noch nicht mal was Alter wie dunkel das hier ist Ich weiß noch nicht mal wo du bist Da bist du Meine Sachen meine Sachen meine Sachen meine Sachen Die hast du grad aufgesammelt du Arsch Ja Ey mein Schwert Ey Äh da Glaub ich Irgendwas ist kaputt gegangen Oh ich weiß Ich hab ne komische Schaufel mit an meiner Hand gehabt So Wie oft die kommen ne Mh Mh Auch nö jetzt hau ich mir da Rüstung zu Oh ich kann nix mehr sehen Äh Was ist denn? Meine Hose Äh Das wird halt ne andere Wo bist du? Ah von hinten Äh Ich hab grad ne Axt bekommen Woah Ich hab mir ne Schaufel schon diskutiert Ich hab Speed drauf Iyyyyyy Alter wieST du denn! Alter wo ist der? Äh Ja Alter wie ist doch sch.. Wir machen hier grad nur Scheiße noch Nein meine Rüstung Oh nö Ich hab grad ne Rüstung mehr an Aber ich glaube Hiermit wollen wir das Projekt auch beenden Ja Nö wieder nur kacke machen zu wende ja wie immer wo soll das weiß ich nicht in so einem erdblock auf ich sterbe gleich schon wieder ich hab's laun ist ich will nicht sterben du brauchst mit meiner rüstung ich hab's laubo ich hab keine rüstungsteile mehr haben wir denn noch so viele leben überhaupt haben sie auch nicht haben wir die durch ein paar questen bekommen naja keine ahnung auch schnee schneeballer ich will nur das oberteil ach war ich das schwert egal ist eh das gleiche ich hätte noch ein volles ja ok ich will nicht schon wieder wiser haben wurde sogar weggeportet ja wurde ich nein ich hau mit dem polytool zusammen ich bin tot du hast da gespawnt diamant chest auto das ist ja gespawnt ja die hab ich die war halt kaputt na oh mein gott ja gut aber ich würde sagen guck mal auf die uhr wenn wir die aufnahme bei dem projekt und bei dem chaos projekt gegen eigentlich recht lange schon damit wollen wir sagen sehen wir uns bei dem neuen projekt von minecraft wieder bis dann tschüss 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 tschüss